Wenn du Nika spielst... Was? Hast du es aus? Naja... Tschüss! Ich war da hier... Fertig! Oder ist es zu gesperrt? Naja, wie soll ich denn da rausgehen? Ich war so! Jetzt eure Video machen wir! Oh, was ist immer so? Thema! Hey! Jetzt nehmen wir kurz mal ein Thema! Nur mal gegnern Was? Ey! Ich pack auch eine! Warte, wie viel habe ich? Was? Brauchst du? Ich hab dazu doch einen Holzstock! Komm ich! Komm ich! Psst! Psst! Guter Morgen Nachbar! Ich habe vergessen! Guter Morgen Nachbar! Guter Morgen! Warum kann ich nicht fliegen? Schau! Guter Morgen! Guter Morgen! Der Peler! Nein, nein, nein! Okay, nein! HILP! Na, mach's! Ist nicht verboten! Nein! Du dummer Nachbar! Du dummer Nachbar! Du dummer Nachbar verlängst! Geh weg! Nein, ich hoffe nicht! Geh weg! Nein, mach jetzt nicht kaputt! Was ich will? Ich will nur eine Seat! Aua! Geh weg! Dann lasse ich! Geh zu... Geh zu dich! Nein! Kann ich nicht ruhig das kaputt machen? Dann lass mich in Ruhe! Du blöder Nachbar! Du bist... Du, du, du... Du, du, du... Okay! Na gut! Insbesondere kennen wir nicht alle, okay? Und wir sind Kinder, okay? Und wenn man hat... Wir wohnen zusammen! Ja, weil das... Gibt's kein normales Haus und dem will! Na! Leser weiter! Leser! Nein, 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 nein! Nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein! Nein, 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 na! Niemand geht zu mir! Kann ich nämlich nur schlafen! Esst Pauseurm enge! Ich gewässerte Dinge! Ok Wanterin! Ich brauche noch so viel Holz Ich schicke dir etwas Wir kennen uns nicht, sage ich Und ich habe die Tür verschlossen Ich auch Sie kann niemanden... Alle haben geschlossen seine Tür fast Okay, jetzt geht es in mein Haus, ich bin so müde Na, was soll ich machen? Ich glaube ich finde einen Nachbar von hier Ich hätte nur viel Zimmers Nachbar? Du bist Nachbar? Ja Und mein Zimmer hat hier aber geflossen Ich möchte heißen wie Anderes Wart So lange immer noch nicht zu werden Nein, so lange weit Gibt es noch hier einen Nachbar? Gibt es hier einen Nachbar noch? Ja Hier bist du noch Hallo Hallo, ich habe noch etwas Brauchst du das? Nein Ja Aber dann brauchst du noch einen Tag Ja Darf ich schnell beide Namen schreiben? Ja Warte, kommst du jetzt in mein Zimmer Ähm Erik heiße ich E R R R R Ich heiße Bricken Was ist B B B B B Ich heiße Bricken Ich heiße Bricken Ziemel 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 Bleib War bist du? Hallo Nachbar? Wo bist du hier gekommen? Na hinauf? Jetzt zeige Schluss Ah, okay Euch muss schwer sein Okay, geh So Aua Au Hey weg Wicke muss zu Hause gehen Tschüss Ich auch. Meine Mama ruft mich. Ich habe keine Mama. Ich bin noch ein Kind. Ich bin kein Kind. Ich bin kein Kind. Ich bin Kind, aber gut wie ein Pferd habe ich. Mama sagt, ich bin das jetzt Zimmer. Für dich denn? Ich bin der Bombermann. Ich töte alle mit. Ich habe gehört, ich bin der Bombermann. Ich muss Störe haben. Nachbar, kann ich zum Tier kurz kommen? Ich will nicht zu Hause. Nachbar? Wie bist du Nachbar? Der ist schon zu. Er will sein Nachbar zurück. Gib dann zurück. Ja. Ich kann nicht. Ich glaube, es passt zu. Hey, hilf mich. Nein, 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 nein. Okay. Ich schlafe bitte. Kann mal einer sagen, wo ist Leiter? Ah, hab schon Leiter. Ich weiß, wo ist Leiter. Ich hab schon. Nachbar schenkst du mir auch Leiter? Ja, kannst du haben. Danke, Nachbar. Okay, ich bin so müde. Ich hab noch keine Zombie gesehen. Ich hab... ich auch. Ich hab das nur gesehen. Gott sei Dank haben wir noch keinen. Ja. Weißt du was? Wie isst du Fleisch mit dem Zombie? Äh, wirst du... Äh, wirst du... Äh, wirst du dann... Vergiftet. 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 Nachbar, wo bist du? Ja, ich hab keine Zeit. Oh, wo ist der? Wer ist das für das Zimmer? Ich komme. Alex, beide Nachbarkullen. Beide Nachbarkullen. Hallo. Oh. Ich... Ich hab keine... Name. Weil meine Mama ärgert mich immer. Ich muss mich... Warte, ich frage, wie ich heiße. Weil Mama hat mir nicht... Hallo. Hallo. What? Ich hab ein liebiges Name. Bombermann. Pssst. Scheiße Bombermann. Ich kann alles typen. Hehehe. Das ist weg im Bett. Ich hab noch ein bisschen was. Ich muss noch alles malen. Einen Röstück für Bombermann. Na, 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 na. Ah, der Planet Planet ist da. Und wo ist der Nachbar? Ja, ich bin nicht zum Haus. Oh ja. Was ist das in der Kiste? Äh, wo ist mein Glas? Ah, da ist mein Glas. Hey, ich hab mein Glas verloren. Das ist mein Glas. Okay, so hätte ich können. Aber ich bin mein Glas. So. Wo ist die Kuss? Oh. Die Garage. Ich muss wohnen. Ich muss wohnen. Das ist die Kuss. Oh. Ich weiß, warum so kleine Zombie und Krippos keine kommen. Warum? Die haben Angst. Weil neben uns ist das und das. Die wissen nicht die Wunsch. Das ist mein Sack. Oh, da. Oh, da. Weil hab ich... Weil ich bin Bombermann. Deswegen hab ich nicht Angst. Ein Wolf. Ein Wolf. Ich hab gehauen. Ein Wolf. Ein Wolf fand mich. Hilfe. 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 Ich roll ihn aus. Snell. Snell. Ich heiße Bricken. Hallo. Bricken. Bitte. Auf so auf die Tür. Ah. Hilfe. Ich bin runtergefallen. Du kannst von Garage gehen. Nein. Darf ich nicht. Ah. Ah. Hilfe. Ich darf ihn echt nicht. Hab ich schon. Ah. Nein, 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 nein. Hat mich gefangen? Mein Wurf tut weh. Kannst du hinlegen? Ich kann nicht. Du kannst zu mir hinlegen, wenn du willst. Fing, fang, 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 fang. Aua. Fälligung. Ich bin Bombermann, das weggen. Geh hinlegen euch und ich mach weiter Gläser. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. So. Was macht du jetzt? Nachbar bist du dumm. Ich hab fast meinen kaputt und du... Wirst du nach Hause? Ja. Aber gib erst jetzt zu dir. Die Logo, ich hab mit Falschen gemacht. Nein! Ich mach jetzt auch nicht. Ich hab bei dir jetzt. Ich hab die Logo, ich hab mit Falschen gemacht. Das ist mein Wichtigste. Ah, na, 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 na. Ich muss meine Mama totmachen. Eine Hände dichter. Dann eine... Wirst du... Was? Nein! Ich muss neue Glas räumen. Ich geb er Satllebungen. Ich hab klop, glaub ich. Ja, ich hab. Komm, Ich hab eine Kristoff, du kannst mir... Na, 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 qua, 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 qua. Ich geb er Satllebungen. Aber wir haben noch keine Hunger gehabt. Ja, voll cool. Alex, hast du gehört? Wir haben noch nie keinen Hunger gehabt. Ja, das ist voll cool. Das brauche ich nicht. Ich muss jetzt wieder zurück. Tschüss, ich gehe heute so weit. Ich falle jetzt so dicht? Nein, ich habe eh die Mappe. Na gut. Tschüss, mein Lieblingsnachbar. Okay, ich bin nicht der Bombermann. Ich zaffe eh. Du bist das beste Nachbar der Welt. Was habe ich gesehen? Weil ich kann alles töten. Ah, ein Schaf, ein Schaf. Ich zaffe, ich brauche ein Schaf. Sehr. Ich brauche Holz. Ich habe Holz. Und ich mache auch Holz. Ich werde alles für euch was will. Ja, ich habe ein Telefon. Ja. Nehm für mich... Ich brauche Holz. Nehm für mich Holz. Okay. Nein, nein, nein. Bombermann. Ne, alles töten. Ja. Ich brauche... Dann brauchst du etwas, dann musst du zu mir telefonieren. Ich will essen. Wulff. 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 Du bist zu schnell Wulff. Nennenennenennenennennennennennennennennennennş. Ah, ich habe... Soll ich etwas in den Wulff holen? Nein, weil der sie zu weit. Au. Vorsicht die Gruppe dran. Ich hab dich gesauft, aber morgens muss ich gehen. Hab ich voll vergessen. Oh nein. Ich bin echt morgen. Oh, das soll ich jetzt schnell machen. Okay, ich mach schnell jetzt. Tschüss. Tschüss. Wenn du willst, dann muss ich schnell. Nein, 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 nein. Ey, ich brauch zu Hause. Gibst du mir jetzt Holz? Nein, ich geh schon. Geht nach Hause, ich mach das schnell. Was hab ich? Ja, ich hab jetzt. Wer hat gefordert? Ich nicht. Ich nicht. Alle. Ich freu mich. Kein Pferd. Ich freu mich. Ich freu mich. Willst du mich etwas fragen? Ich bin nicht vom Telefon. Da muss ich ja auch gehen. Neben unseres. Oh. Ich habe es. Ich mache es. Für euch Holz. Danke, Dachbar. Hä? Warum hab ich kein Holz? Hast du das? Ah, ja. Dafür hab ich andere Holz. Tipps weg. Bald ist unser schönes Haus fertig. Ja, Gott. Okay. Puh. Und bald wird er bei der Gehalte. Okay, ich bin zufrieden. Dann glaub ich, wird er unser Haus fertig und dann gehen wir zu lassen. Nein. Ja, nicht Kino. Nein, bitte Menschen. Was? Wer freut sich? Ich komme bald für drei. Wohl. Ich habe, ich war für dich ein schönes Geschenk. Ich wusste. Ich bin der Bombermann und ich kann alles tückeln. Und ich kann... Ich gebe für dich Schafe, ich gebe für dich Schneegugeln. Okay. Ich gebe doch für dich eine... Dann habe ich für dich wohl viel Holz. Ich gebe das... Nein, warte ich... Warte ich... Ich gebe nicht alle meine Essen. Nein, 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 nein. Ich gebe nicht alle meine Essen. Ich gebe nicht meine Essen. Wurst du nicht das Ganze? Ich schicke dir... Und ein Säcken brauche ich. Ja, ich schicke dir. Ich gebe noch... Nein, Mappe brauche ich. Mappe brauche ich nicht. Ich gebe dir Säßen, ich gebe dir noch zwei Leiter. Ich komme voll. Und ich gebe meine anderen Gläser an. Okay, ich komme. Nein. Nein, 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 nein. Alle, wir brauchen noch Post. Eigentlich wie nicht alle. So, 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 so. Eins, zwei. Wie viele habe ich? Drei, ja. Alex, darf ich, hast du noch andere Holz? Dann brauche ich noch einen Kuh, dann hast du eine Düssel. Weil ich mache so eine Postkiste. Wir dürfen mir Post geben. Ich habe einen Toast. Kann ich machen. 6. Warte, ich habe gesagt, ich brauche noch Holz. Hallo. Hallo. Warte. Warte, ich gebe dir Post. Ich habe immer. Wer braucht einen Zest, Mann? Ich brauche viel Zest. Warum? Weil ich brauche so eins, zwei. Wie war viel Platz? Ich brauche mich. Ein, zwei. Und das geht doch für Alex. Ein, zwei. Ich werde schon mal kurz. Hallo, Alex. Ich kann elf für euch. Okay, wer gerufen ein Holz? Ich. Ich. Dann wette. Und aufs Dachboden geben wir den Chef zu. Das haben wir hier, den wir nicht brauchen. Nein, 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 nein. Wie viel dieser Holz hast du zugegeben? Oder was? Ok, ich habe noch viel erreicht, dann kann ich Zest. Machen wir es also. Jetzt elf, komm mal elf, ja. Ich habe sehr oft знаешь, wer braucht Zest. Ich mach noch eine Chest. Nein, 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 nein. Noch eine brauche ich. Danke. Ich brauche zu Chest. Wann? Ich brauche zu Chest. Ich habe schon gewacht für Post. Okay. Alex, wir dürfen... Alex, ich hab für dich noch ein Chest für Post geben. Super. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Aber hier brauche ich Mozes. Was brauche ich? Ja, ja. Okay, ich gebe. Warte, nein, warte, warte, doch nicht schauen. Was habe ich vergessen? Das ist meine. Eigentlich hast du dich gesehen. Habe ich nicht, weil ich... Das brauche ich für meine Tür zu... Okay. Habe ich nur zwei Zeste gemacht. Noch kein Gewicht. Jetzt habe ich elf Gläser, glaube ich, passt das. Äh, ich habe nur... Ah, ich kann was malen. Äh, glaube ich ist...